Chöre gehören unbedingt dazu, zu einem Adventskonzert. Eher ungewöhnlich ist ein Akkordeon. Aber ich bin sicher, Sie werden es lieben. Schon wegen Xenia Sidorova und weil sie erkennbar ihr Instrument liebt. Sie ist ein richtiger Klassik-Popstar, spielt auch schon mal vor zigtausend Leuten bei der Night of the Proms. Hier ist Xenia Sidorova, begleitet vom WDR Funkhausorchester. Musik 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 Ksenia Sidorova, Sie selbst sagt über Ihr Instrument, über das Akkordeon, es ist ein zartes Geschöpf, das jedes Gefühl ausdrücken kann. Also von wegen klotzig und von wegen Karnevalslieder Begleitinstrument, so sehen ja die Kölner gerne mal die Quetsch.